Werden unsere VW-NFDs vielleicht noch dieses Jahr interoperable und werden wir diese vielleicht auf Rarible sehen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall noch mal den kommenden Drop an und was es mit dem Promocode auf sich hat. Und wir schauen uns den nächsten Comic Drop an. Das alles und mehr jetzt in diesem Video. Moin moin und willkommen an Bord. Ich bin es, dein Käpt'n und heute am Steuer mit diesen sehr spannenden Themen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wenn dir mein Kanal gefällt und wenn du in Zukunft keine News solcher Art verpassen möchtest, dann abonnier unbedingt meinen Kanal. Und ansonsten, wenn dir das ganze Video gefällt, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein ins Video. Schauen wir uns den ersten Drop an, den wir sehen werden. Und das ist nämlich die First Appearance of Robbie Reyes Ghost Rider. Das Ganze ist an der Stelle tatsächlich die zweite First Appearance von Ghost Rider, aber mit einem anderen Darsteller, nämlich mit Robbie Reyes. Das Ganze wird all new Ghost Rider Hashtag 1 sein und natürlich mit exklusiven Rare und Ultra Covern vertreten sein. Das Ganze wird am Donnerstag, dem 15. September um 17 Uhr deutscher Zeit natürlich wie immer im Blindbox-Format droppen. Meiner Meinung nach ist das ein Skip, jedenfalls für mich. Das einzige Cover, was ich hier noch relativ gut finde, ist die Ultra hier hinten. Ansonsten ist das ganze Comic für mich definitiv ein Skip. Auch die Daten auf Go-Collect sind relativ nüchtern zu betrachten. Eine 9.6 bekommt man für in etwa 170 US-Dollar gegradet, was an der Stelle jetzt auch nicht super viel ist. Wir sehen ja auf jeden Fall noch weitere Angebote auf Ebay, ob die dann wirklich auf jeden Fall auch verkauft werden, ist die andere Sache. Schauen wir uns doch mal an, was es mit dem Promocode auf sich hat. Denn jeder, der da draußen den letzten Golden Moment Drop bekommen hat, beziehungsweise dort die Lampe von Aladin bekommen hat, hat ja schon ein Disney-D bekommen. Aber jetzt ist sozusagen auch der Promocode im Anmarsch und womit ihr da draußen den nächsten Disney Drop für euch 7 Tage reservieren könnt. Diese 7 Tage sind in die Zukunft gedacht. Das heißt, ihr habt nach diesem Drop am Freitag 7 Tage Zeit, um euch den Drop noch zu holen, um die 60 Gems zu bezahlen, um dann am Drop teilzunehmen. Das heißt, ihr habt an dieser Stelle keine Eile, sondern insgesamt eine Woche Zeit, um das Ganze noch für euch einzulösen. Ansonsten schauen wir uns den ganzen kurzen Drop nochmal an, denn das habe ich euch ja versprochen, dass wir uns den vor dem ganzen Drop nochmal anschauen. Das Ganze wird nämlich am Freitag, dem 16. September um 17 Uhr deutscher Zeitdrucken. Das heißt, am Freitag. Und dementsprechend hier nochmal ein kleines Update. Das Ganze wird im Blindbox-Format droppen. Insgesamt sind 10.000 Editions davon reserviert. Das muss man an dieser Stelle ganz wichtig sagen. Und das sind natürlich aber Blindboxes. Das heißt, es sind jetzt nicht nur Uncommons oder Ultras oder Secretras, sondern es sind Blindboxes. Das heißt, wir wissen nicht, welche, wie viele jetzt davon reserviert sind. Wir haben hier bei der Uncommon eine Edition von 8888 Stück und insgesamt einen Listenpreis pro Blindbox von 60 Gems. Das Ganze ist tatsächlich auch das einzige animierte Collectible, was wir sehen werden. Hier von Mickey. Das Ganze wird, wie gesagt, animated und mit Sound- oder beziehungsweise Special Effect sein. Wie das Ganze dann aussehen wird, wissen wir jetzt in dieser Stelle leider noch nicht. Hier aber stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall das Wasser hochspritzen sehen werden, beziehungsweise Mickey halt in einer leichten Animation sehen werden. Ansonsten haben wir hier die Ultra Powerful Dream. Das Ganze wird eine Edition von 5.555 Stück haben und eine Ultra sein. Als letztes haben wir noch Casting the First Spell als Secret. Das Ganze wird 1940 Editions haben. Für mich persönlich wird das Ganze ein Skip werden, da ich sehr stark davon ausgehe, dass wir hier tatsächlich jedenfalls bei der Uncommon vielleicht sogar unter Droppreis gehen könnten. Das Ganze ist ja aber wirklich ein Könnten, denn natürlich durch die Animationen beziehungsweise die Special Effects wird es interessant werden, ob es dann wirklich unter Droppreis geht oder nicht. Da aber tatsächlich auch viele andere Collectibles unter Droppreis gegangen sind und auch von Disney sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir uns tatsächlich um den Droppreis herum bewegen werden. Vielleicht 10, 20 Gems mehr oder auch weniger. Das werden wir dann sehen. An der Stelle für mich persönlich, aber auf jeden Fall erst mal ein Skip. Ansonsten kommen wir zu einem großartigen Thema und zwar nämlich zu Interoperability. Wen, wer das nicht weiß, was das bedeutet. Das bedeutet so viel, dass wir unsere Vivi-NFTs aus der Vivi-App rausholen können und zum Beispiel auf anderen Marktplätzen, die Ethereum unterstützen, traden können. Und da ist Rarible ein super interessanter Marktplatz. Das Ganze ist auch ein NFT-Marktplatz, welcher unter anderem natürlich auch mit ImmutableX zusammenarbeitet. Und hier gibt es eine sehr interessante Entdeckung, denn wenn wir jetzt hier einfach mal Vivi eingeben, dann finden wir hier nämlich ganz schnell was, was natürlich an dieser Stelle auf ImmutableX gelistet ist, aber hier schon sehr interessant zu sehen ist. Und zwar haben wir nämlich insgesamt 6,4 Millionen Items, die es insgesamt gibt. Das müsste in etwa hinhauen mit denen, die wir tatsächlich auch wirklich haben. Und außerdem haben wir 623.000 Unique Owners, beziehungsweise auf einem Account mindestens ein NFT. Und was ich sehr spannend finde, es fehlen ja eigentlich nur Bilder von Vivi, denn wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier tatsächlich schon die ganzen NFTs nämlich gelistet. Und wenn man sich das mal anschaut, beziehungsweise das sind jetzt in dem Fall hier die Accounts. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir gehen jetzt mal auf diesen Account hier drauf und können uns dann den tatsächlich sogar anschauen. Wir haben natürlich hier die Creator-Adresse und dann hier hinten den Current Owner, das heißt der, dem das NFT jetzt gehört. Und wir können uns jetzt hier gerade im Prinzip ein User-Account anschauen auf Wearable. Finde ich super spannend. Und ihr seht auch hier, 140 Items sind insgesamt bis jetzt bei ihm auf dem Account. Man kann leider nicht sehen, ob er etwas verkauft oder ob er was gekriegt hat oder was für eine Collection er hat, beziehungsweise auch nicht seine Aktivität meines Wissens nach. Ach, tatsächlich doch, das ist tatsächlich sehr interessant. Das habe ich an dieser Stelle tatsächlich auch nicht gewusst, beziehungsweise wurde eventuell auch vielleicht auch geupdatet. Finde ich an dieser Stelle super spannend, wenn man sich mal anschaut, was diese Person in dem Fall hier anscheinend auch collected hat, beziehungsweise transferiert hat. An dieser Stelle super spannend und ich gehe sehr stark davon aus, tatsächlich, dass wir hier die ersten Hinweise dafür haben, dass Wearable mit Vibi zusammenarbeiten wird, um dann NFTs auf Wearable zu listen und nicht auf Immutable X oder halt auf beiden Marktplätzen das Ganze dann verfügbar ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da wir diese Sache jetzt hier schon sehen und im Prinzip nur noch die Images fehlen und nur noch etwas freigeschalten werden muss, dass wir auch dieses Jahr schon für manche NFTs, wie zum Beispiel von Ron English, Interoperability sehen. Das heißt, dass man seine NFTs nicht nur auf Vibi kaufen kann, sondern auch auf Wearable oder auch Immutable X. Aber da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt auf deine Meinung da draußen, was du von dieser ganzen Entdeckung hier hältst. Schreib mir die unbedingt in die Kommentare und wie du Interoperability findest und wie wichtig dir das auch bei Vibi ist. Und ansonsten noch eine kurze weitere Info zum Omi-Token und zwar wurden nämlich insgesamt 7 Millionen Omi-Token über Epico-Regal NFT-Sales collected. Davon werden insgesamt 20% in die Epico-Regal-Tournaments fließen und 10% davon werden geburned. An dieser Stelle muss man das Ganze meiner Meinung nach jedenfalls sehr nüchtern betrachten, denn 10% von 7 Millionen sind nun leider einfach nur 700.000 Omi, die hier an dieser Stelle geburned werden, was meiner Meinung nach ein wirklicher Witz ist, wenn man sich teilweise anschaut, wie viele Millionen Omi-Token wir teilweise burned. Dementsprechend hier wirklich nur ein kleiner, kleiner Schritt. Hoffentlich wird das nochmal irgendeinerweise Größe, denn ja, 10% sind an dieser Stelle wirklich, wirklich wenig und an dieser Stelle meiner Meinung nach nicht mal wirklich der Rede wert. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle mit dem ganzen Video und den News für euch da draußen. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.